Hallo und Herzlich Willkommen bei einer Runde... wie hieß das? Jump... ...Digion... Ach, geht noch gar nicht los... Ach, da läuft die Zeit unten... Ah, so gut... Da bin ich mal gespannt, wie weit ich da komme, ich bin da drun richtig schlecht... Ah, es ist... ich fall jetzt schon runter... Und nochmal runtergefallen... Ich glaube, ich bin der schlechteste Jump League Player, den es gibt... Ah, und wieder runtergefallen... Wo ist denn die Truhe? Da... Wo ist denn die Truhe? Da... Komm ich denn da schon ran? Nein... Da muss ich jetzt den ganzen Weg hinhüpfen... Jetzt mal bisschen konzentrieren, Junge... Ja... Ah... Wo ist da? Bin ich runtergefallen? Ich bin runtergefallen... Das gibt es doch nicht... Warum falle ich denn nun mal runter? Ja... Diese 2D Jump In One Games... Die konnte ich damals als Kind aber sehr gut spielen... Aber jetzt... Die 3D Jump In One Games... Die sind glaube ich nichts für mich... Die sind glaube ich nichts für mich... Ich bin noch... Ich bin noch... Ich bin noch... Was war das? Bin ich gerade wirklich oben gegen gestoßen? Bin ich gerade wieder oben gegen gestoßen? Was mache ich nur falsch? Ah... Jetzt hat es geklappt... Das hat jetzt auch geklappt... Das hat jetzt auch geklappt... Wart mal mit Sneaken... Fällt man da nicht runter oder? Ich kann also ganz einfach... Oh... Ah... Wo ist das? Wo ist das? Was ist das? Wo ist das? das spiegelt gleich los und ich habe noch nicht mal den ersten sprung die erste ruhe ja nicht das schlechteste dann muss ich mich jetzt mal zusammenreißen konzentrier dich oder vielleicht auch nicht das spiel ist buggy, das mag ich nicht kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein sieben spieler verblieben, ok ich bin schon mal nicht der letzte also ich bin eigentlich schon der letzte, mit den drei letzten bin ich der letzte jetzt habe ich gerade überhastet immer drauf geknallt und jetzt so, oh, der nächste hat gelieft guck mal, von zehn bin ich schon der sechste also der eine kommt immer nur bis auf sieben dann kommt die letzte, mit drei drei sechs drei ups 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 7 oh, der eine ist jetzt weitergekommen Jetzt bin ich der Letzte Also das ist die erste Truhe schon auf jeden Fall Was ist die letzte Runde? Jump Glee, Legion Glee, spiele ich hier Ne, kein Bock auf sowas Kein Bock auf sowas Gibt es da nicht ne Prostpreistruhe Für jeden, irgendwie was Zum Beispiel Komplett dir Was wollen wir denn alle mit Absicht verlieren? Zu weit gerannt Ach Du hast Zeit, was? Ach einer ist durchgekommen Okay Ja dann geht es mal hier gleich weiter und ich bin tot Warte, blieben wir denn noch Oh, ist jemand Da ist jemand Ich weiß, ich hab sowieso keine Chance Oh mich tot Warte, ich hab nicht Ehe, ich hab nie Das ist ein paar perspective Ich hab nie Oh Ich hab nie Das ist das Ich hab nie Ich hab nie Nee Ich hab nie Ich hab nie Ich hab nie Ich hoffe euch hat die Runde gefallen, also mir nicht. Ich glaube ich werde nie wieder Jump Leaks spielen Da sind die Leute nicht die gegen mich gekämpft haben die beinahe verloren hätten Habe ich schon mal hier eingesehen, der leckt ganz schön rum hier naja, naja Vor allem wenn man da einmal wenn das Jump Leaks nicht kann, dann hast du hier so total verschissen weil hier kommst du ja nicht weiter Logisch Oh jetzt sind alle 5 hier Was war der der durchgekommen ist, ne? Bringt das was mit einer Angle zu campen? Ich weiß es nicht Ich schick mal da hier hin Ich schick mal da hier hin Ui, was ist das? Ich hab den Schau hoch gehauen, geht das? Ja auch guck gönnen Abbauen und Leuten Team ist verboten Ja, das hab ich auch gedacht, dass die voll geteamt haben Kann jeder weiß Kann jeder weiß Panzer Ich will bitte Panzer fahren Puh ohne takt wird winden so, good game, schrei mal rein so, ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder mit dabei und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und auf Wiedersehen